Emotionale Verbindungen sind die Grundlage für erfolgreiche Verführung. Um emotionale Verbindungen aufzubauen, müssen Sie dazu bereit sein, Ihre Schwächen zu offenbaren und echtes Interesse an den Erfahrungen, Gefühlen und Blickwinkeln der anderen Person zu zeigen. Jeder der von mir gerade geteilten Körperschritte bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Teil Ihrer Verletzlichkeit freizulegen, um die andere Partei zu verführen. Verführung dreht sich um Hitze. Keine Hitze, keine Verführung. Mit anderen Worten, es ist schwierig, nur mit Logik und Verstand Hitze zu erzeugen. Einen Moment zu teilen bedeutet, Intimität zu teilen. Es ist das Teilen einer Blase von Einzigartigkeit und magischer Atmosphäre. Es geht um den Energieaustausch und chemische Reaktionen. Wenn Sie den Tanz mit Komplimenten und Schmeicheleien begonnen haben, müssen Sie sich schnell entblößen und aufrichtig sein, um etwas anzubieten, mit dem Sie sich identifizieren können. Deshalb glaube ich nicht an Anmachsbrüche und Regeln. Verstehen Sie mich nicht falsch, Sie könnten funktionieren, aber nicht für Sie, dass Sie eher eine Routine ausführen als etwas Schönes und Einzigartiges erleben. Ihr Gegenüber hat vielleicht von Ihrer Kunst profitiert, aber Sie selbst haben nichts aus der Erfahrung gewonnen. Das sollte viele Ihrer Fragen zum sinnlosen One-Night-Stand beantworten. Seien Sie sanft, seien Sie ehrlich und nutzen Sie Ihren gesamten Körper, um den Tanz zu genießen und zu sehen, wohin er führen könnte.